ja ja ist mir klar ja irgendwas stimmt ja nicht ist genau aber wir sind richtig ihr seid alle richtig hier beim gülükmarkt also wir sind jetzt live guten morgen liebe kunden hier ist euer gülükmarkt aus rostock tolle angebote haben wir heute wieder wir machen heute mehrere videos wir machen hier aus der obstgemüsehalle also das machen wir noch live und dann nachher gibt's doch mal ein timbuk video hier oben bin ich ja ich habe nicht abgenommen auch nicht zugenommen ich bin immer gleich also also wir machen heute mehrere videos es wird ein timbuk video kommen dann haben wir einen neuen energie bekommen den wir auch noch mal vorstellen paar andere tränke haben wir vor und die wollen wir auch noch mal vorstellen aber erstmal machen wir hier in der obst und gemüsehalle fangen wir hier an für die gurken stück 1 euro zwei gruppen 1 euro 50 habe ich hier so eine mix tomaten das sind bunte dinger für 99 cent 500 gramm schale daneben habe ich auch noch mal nur rote am stück strauch dran 500 gramm für 1 euro 29 hier habe ich noch mal eine kilo schale ja ungefähr kilo 800 gramm oder so 1 99 die schale so daneben haben wir spitzpaprika saubere leckere gesunde ware der beutel für 39 euro 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 hier zwei stück drin sind immer 500 gramm für 99 cent der bräufel knackige möhren in der schale für 1 29 kilo salat jetzt haben wir dann 79 cent oder zwei stück für 1 euro 50 da haben wir kohlrabis schau mal schöne ware 39 cent oder mit drei stück mit für 1 euro so 49 cent 3 beutel diese woche 2 euro dann haben wir hier wieder karotten mit grün ja so ein bisschen saftiger knackiger ja 79 cent grün kohn gut hab ich eine mütze auf habe heute ja wunderbar 299 was war denn ich habe noch gar nicht gesehen kernlose helle weintrauben 4,5 kilo für fünf euro die kiste so weiter geht's was ist das hier formello 1,99 das stück hier haben wir äpfel das ist die sorte ja ich weiß nicht ich kann es nicht lesen also saftig sind sie und lecker auch schönes snack absolviert guck mal hier 1,5 kilo für 1 euro 50 daneben haben wir gleich elster und pinova für 99 cent hier haben wir den rettona prinz für 99 cent da haben wir den boskop für 99 cent was haben wir denn hier noch cantaloupe milone cantaloupe mega früchte 1 euro hier hier haben wir den saftoranischen schön zu pressen aber die eignen sich auch so zum essen richtig lecker süß fünf stück für 1 euro wie die pampel musen haben wir wieder rein bekommen ja die sind richtig lecker da wirklich sollte sie nicht immer probiert haben stellt mal eine auf hier richtig gesund richtig lecker da braucht ihr kein zucker dankeschön so zwei stück 1 euro fünf stück 2 euro sollte jemand probiert haben richtig lecker die speedies so weiter geht es mit clementin gucken wir mal genau drauf was haben wir hier genau ein kilo ja für 99 cent beutel clementin für 99 cent dicke heidelbeeren haben wir hier 1,49 euro die schale und zwar so wie viel ist da drin wie viel ist da drin ja nicht ich sehe das nicht ich mach mal hier rein und dann könnt ihr euch das ja ran 250 gramm müssten das sein ja hier haben wir verschiedene bananen wir haben einmal die chiquita bananen da die kosten bei uns 1,99 euro wer chiquita kennt weiß was das ist hier haben wir von del monte da die kosten 1,29 euro wir sind im winter und schaut mal hier leckere kirchen janni nasch natürlich jetzt wieder ist klar 100 gramm kosten 99 cent also 9,90 euro ein kilo kirchen das zahlen wir zahlt man im sommer ja auch beinahe ne also 9,90 euro das kilo sind richtig lecker wir drehen das mal wieder hier haben wir kernlose weintrauben rote da wirklich knackig lecker kilo 1,99 euro ich habe schon ein bisschen was vorbereitet schau mal hier die passionsfrüchte richtig lecker drei stück 1 euro fünf stück für 1 euro 50 ja so hallo monat ja spezial auch hier heute gold kiwis haben wir bekommen gold kiwis wie ihr seht sind gelb von innen drinne kosten fünf stück 1,50 euro oder einzelstück 40 cent so orangen nabelorangen aus spanien haben wir da 2,99 euro aber wer auch orangen nabelorangen aus der türkei bekommt die kosten auch 2,99 euro sollte ich auch mal probiert haben was das für klopper sind oder das ist der wahnsinn wirklich geil so weil türken haben mehr zu essen da ne als die spanier ne ja wir haben mehr sonne als die spanier ja bestimmt richtig geile clementin haben wir hier das ist auch türkische waare 2,99 kilo und dann haben wir hier das ist auch eine schönheit hier ne auch das war richtig geil mit blattwerk richtig schöne kloppenware 3,49 das kilo schau mal hier, Sherry Moores haben wir auch wieder da ne ok gehen wir noch mal rüber zu Kartoffeln oder gehen wir von hier lang so hier haben wir noch mal kiste clementin 10 kilo drinne 24,99 hier kannst du die gold kiwis auch noch mal haben kiste für 6 euro so granatäpfel 4 kilo kiste für 12,99 euro hier haben wir die sweeties wer mehr davon möchte eine ganze kiste für 5 euro ja wie viel sind da drin 1 2 3 4 1 2 3 4 auch hier 1 2 3 4 5 20 stück sind da drinne für 5 euro hier haben wir auch noch mal granatäpfel so kiste für 9,99 euro achten ja waren wir auf baumschule ja wir waren auf baumschule da fehlt einer ja ehrlich 20 ja war richtig waren wir auf baumschule janni 20er so schaut mal leute das sind die türkischen orangen hier das ist wirklich und dazu muss ich sagen dass türkische orangen ohne konservierungsstoffe ja da kannst du sogar mit essen ja nie wusstest du das 12kilo kiste für 24,99 euro aber die muss ich jetzt eine rausnehmen leute das dazu gesagt die ware ist ohne konservierungsstoffe das heißt ja hier habe ich jetzt mal eine erwischt die nicht mehr so gut ist Ja, aber das passiert bei Ware ohne Konservierungsstoffe. Dazu kannst du aber auch die Schale mitessen. Aber das kann ja auch mal so passieren. Mann, das wird gedrückt. 10 Kilo. Die Blatt-Clementin könnt ihr auch haben für 29,99. Wir haben auch noch mal Granatäpfel für 12,99 Euro. Eine 7er-Kiste. Ananas haben wir hier bekommen. Wieder frischer Ananas für 1,99 das Stück. So, jetzt machen wir noch mal kurz Kartoffeln. Und dann gehen wir rüber zu Jannis Fleischabteilung. Also, hier haben wir die 10 Kilo Säcke. Hier haben wir, was ist das denn eigentlich? 12,5 Kilo. Linder für 9,99 Euro. Hier habe ich die 10 Kilo Säcke für 5,99 Euro. Ist auch ein richtig geiler Preis. Für die Großfamilie eine Belana. Ich sehe auch richtig schöne Kartoffeln. Schön groß. Das ist eine festkochende. Die zünnsten Bauer ernten da die größten Kartoffeln. So soll das sein, ja? Ja, das war es. Also wirklich tolle Kartoffeln haben wir hier. Immer frisch. Den Fügel geworden. Oder Zwiebel, der Sack, 3,99. Die Jumbos haben wir diese Woche wieder reduziert. Von 3,49 auf 2,99 Euro. 5 Kilo Kartoffeln, 2,99. Das ist auch wieder 10 Kilo. So, ich würde sagen, ich bin erst mal durch. Wir gehen jetzt noch mal rüber. Genau. Ich schwenke mal die Kamera so rüber. Ja, hallo. Hallo. So, was hast du denn schönes, Janni? Ein bisschen lauter, weil hier die... Ja, genau. Wir machen diese Woche wieder Lachshotnacken für 5,99 Euro. Also den sind wir runter. Von 6,99 Euro sind wir auf 5,99 Euro. Also Schweinlacken hast du einen Euro günstiger gemacht. Habe ich günstiger gemacht. Okay, wunderbar. Kassnet hier. 6,99 Euro das Kilo. 6,99 Euro Kassner Nacken oder Kassner Lachse. Also, wisst ihr, was wir machen? Ich habe hier... So, los, komm, das machen wir mal weg. Das machst du weg? Das machen wir weg. Was machst du denn? Das machen wir weg. Jetzt kommt's. Wir machen das auf 5,99 Euro. Also, Leute, Kassner auch 5,99 Euro, nicht 6,99 Euro. Also, komm, machen wir, machen. Ja, dann mal los. Weg. 5,99 Euro. So, Eisbeinfleisch. 4,99 Euro. Eisbeinfleisch. Ja, das ist... Gips nirgendwo, gibt's nur bei uns bei Güte. Aha, okay. Sauerfleisch. Wer es lieber knabbern möchte, die Eisbeine 3,99 Euro. Die großen, dicken, hinter Eisbeine. Zeig mir das doch mal. Eisbein 4,99 Euro. Und die dicken, hinter Eisbeine 3,99 Euro. Und mein Tomahawk. Tomahawk vom Schwein. Voller Ferkel, ne? Genau, 6,99 Euro. So, dann das Wurst-Sortiment über Bratwurst, Bockwurst für 6,99 Euro. Schick, schnacke, 9,99 Euro. Und die Lungwurst, 7,99 Euro. Leute, und dann Filetköpfe, immer entschlage, 6,99 Euro. Wenn das mal alle ist, immer hier ruhig in meine Truhe reingucken. Also, ihr seht, Krone ist da. Filet ist da. Hünderfilet ist da. Die Filetköpfe hab ich da. Schweinenacken hab ich da. Und auch Lachse. Also, jede Menge. Wunderbar. Genau. Also, Kassler, dran denken, 6,99 Euro. Genau. Okay. Ja, jetzt werden wir rüberlaufen. Wir machen mal kurz aus. Wir machen jetzt kurz aus. Machen nochmal kleinere Videos. Wir haben da hinten noch ein paar Sachen. Nicht, dass das heute zu lange wird. Wir müssen ausmachen, weil Faddi nicht so schnell heute nicht ist. Also, oh Gott, ne? Also, bis gleich. Danke fürs Zuschauen. Bis nachher nochmal. Ciao. 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 Ciao.